ja liebe leute willkommen zurück ja ich hatte kurz überlegt wieder zu streamen aber ich weiß ja nicht wie das bei euch ist also ist eine zumutung hier es ist eine zumutung hier mit der hitze also ich sitze hier da und es tropft es tropft und da hatte ich dann gedacht nee ich halte das nicht aus solange das zu machen da wäre ich halt nur so ein bisschen so ein stückchen machen aber ich werde auf jeden fall wie man spiel ist weg ich brauche sperren ich brauche sperren ich brauche seien ich brauche seien seien war hier unten und seien super und spiel erstellen ist wohl das ist das problem und ich habe den jetzt hierhin geworfen ich wollte eigentlich in die eier gehen weil es wird schon wieder los da und ich vermute mal erst dann weg oder ich mache es trotzdem damit ihr was seht und ich auch was sehr ist noch da ich habe auch gott 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 essen trinken das habe ich jetzt nicht okay 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 die sind gut wo die sind gut ach so das muss erst mal steigen alles klar die sind gute mangos die sind ja super gut das heißt da müsste ich eigentlich die die irgendwie anbauen mango aber ich glaube ich brauche dafür ich brauche dafür diese großen sachen weil ich da ja irgendwie bäume oder so rauskriege denke ich so okay also ich lasse das jetzt erst mal so wegen dem vogel ja scheiße ich habe die von nun das ist eine cool das ist eine cool ich dachte der ist ja der der wort jetzt tot oder nein der war nicht tot er ist noch abgehauen wenn das war okay da kommt da kommt da kommt da kommt da kommt da kommt da und ich hab ihn wieder wo ich muss hoch okay eigentlich sind wir doch hier uns nahkampf uns den stellen ja gut was würde ich eigentlich machen jetzt sagen ich wollte die insel noch ausbeuten ich lasse das jetzt erst mal so ich check nochmal schnell was ich hier habe und was ich brauche und was ich nicht brauche das heißt den rest tun wir dann hier rein damit wir mehr platz haben zum farmen das hier ist nur rödel warte mal rödel im moment ich brauche wahrscheinlich hier einfach das weg weg war es alles klar also wir haben jetzt das ding die unser hackeball wird langsam wieder alle und ich wäre jetzt hier noch ein bisschen einsammeln aber jetzt wichtige dinge nicht so blumen war jetzt noch wie ich hier hochkommen hier hoch ne komm ich nicht und dann machen wir weiter ja hier komme ich hoch das ist gut ich brauche holz holz und plätter damit ich bauen kann wird ansonsten haben wir jetzt nur blumen hier die brauche ich jetzt im moment noch nicht und man kann ich schon schon bauen da oben ist die axt mir fehlt planken fehlen mir ach okay hast du glück gehabt oder gehen wir noch mal hin falsche richtung kann mich eigentlich vielleicht hier noch hören hier komme ich nicht mehr wird nichts dann müsste ich da wahrscheinlich irgendwo bauen oder so gut okay wir machen wir machen wir machen wir machen hier hier machen wir hin so alles klar wir brauchen rohstoffe weil ich will dann nämlich ich will dann nämlich an unserem bloß weiter bauen deswegen irgendwas ist ja immer dran und deswegen muss ich wieder rein in die in strom so warte mal jetzt hatte ich jetzt hier hinten hatte ich denke mich dahin ist klar gut so hier ist wasser trenne nehmen erst mal das wasser bringen das füllen das füllen das super und machen jetzt einfach mal los okay die schwimmen da hinten ist der strom okay ich versuche wieder rein zu kommen die drei fässer cool eigentlich alles mit essen naja ja hier gibt es nichts für dich dumme möfe aber ich werde dieses möfen ding werchen setzen auf jeden fall also weil die hatte da geschrieben dass man damit sogar die möfen fangen kann also nicht bloß verscheuchen sondern auch fangen das ist natürlich schlecht mal sehen dass mein ding erreicht alles klar jetzt knabbern das war's okay haben wir noch ein anderes paddel herstellen super paddel ich werde wahrscheinlich mal so ein in die richtung treib ich denn eigentlich so ein segel bauen was hat er hier was weggefuttert schon nee setze oh jawoll wo ist er wo ist er wo ist er hier gut okay super das heißt man kann eigentlich jetzt da könnte ich eigentlich warte mal ich kann eigentlich irgendwas essen habe ich das wo ist das hier ist das das machen wir hier rein das ist man und jetzt können wir doch eigentlich während bob unterwegs ist können wir doch hier das wasser das wasser nicht schnell eigentlich so der kommt ja erst irgendwann später wieder oder mein floß ja das macht ein bisschen hier hin aber das mache ich ein bisschen besser warte mal jetzt ist gerade hier in welche richtung geht es jetzt ist noch ein bisschen darüber haben ein bisschen so ein bisschen so würde ich sagen kommen das blatt nehmen wir mit ach nee das ist ja dann wieder ich muss ja über 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 eck muss ich ja hier ist schon weil das ich treib jetzt quasi hier irgendwie daneben vorbei das ist natürlich blöd okay warte mal gucken ob wir irgendwas ob wir gleich was machen können hallo ach nee die netze waren hier netze was brauchen wir brauchen alles blanken nägel seil brauchen eigentlich alles okay blanken nägel seil seil ah nägel gut okay wir müssen hier vorne uns irgendwas kann das eben nicht hier ich würde es auch gerne hier lassen okay also seil schon wieder das mit den seilen alter ach fuck ähm okay gut das ist jetzt blöd naja wir müssen vielleicht noch ein bisschen darüber wir müssen ein bisschen darüber aber erstmal seil einmal seil herstellen das brauchen wir jetzt nicht machen wir so jetzt checken wir nochmal was wir machen das machen wir hier auch machen wir das hier hin das machen wir hier hin das geht nicht wieso geht das nicht ach plastik fehlt okay also hier seil kram zeug wir müssen hier rüber hier rüber mein fass komm 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 zu papa komm zu papa okay 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 so muss es werden gut ja vielleicht doch noch ein bisschen hier in die Richtung ja hm da ist eigentlich der strom hier ist ja 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 du mich auch hopp typ so wir brauchen jetzt unbedingt warte 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 hier war noch eine blanke genau wir brauchen jetzt unbedingt hier noch ein paar hier kommt cooles cooles zeug ja das brauchen wir hier da ist es wichtig da ist es wichtig komme ich dahinter hm ne komm die hinter gott okay naja oh da haut er wieder ab da haut er wieder ab der hund so da kommt noch ein fass zum bittel trifft es vielleicht trifft es ja sogar her könnte sein aber wir riskieren nix lieber nehmen wir es ran gut also kann man noch was bauen das kann man nicht bauen wir brauchen wieder seil 21 egal alles reinballern nägel alles und ah das ist eins eins zack zack ha ok dann machen wir das dran super sieht das scheiße aus aber ok ähm ähm plaste brauchen wir sogar das war knapp gut naja ein bissl hält also wenn man hier so über drei ecken macht also ja über 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 Eck dann denke ich mal ist das vielleicht ok dann wird das ja dann dann fangen wir das ein bissl ab beziehungsweise würde mal ich muss erstmal wieder was essen wir essen das hier das hätten wir uns auf das erstmal dann trinken noch was die wasser füllen trinken einsammeln links machen planken platzieren super super jetzt wird es wieder schneller her jetzt wird es wieder schneller aber wir schauen mal was uns fehlt uns fehlt seil acht seil brauchen wir alter das ist das ist der hammer das ist der hammer nehmen wir das noch mit die sachen hier das ist wichtig seil so also das fass haut ab wahrscheinlich ähm ne jetzt ja ok super ok plaste plaste warte mal ist das ding jetzt fertig aufnehmen genau wir können erforschen erstmal wir können ja erstmal erforschen links machen tie 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 nehmen hier rein und erforschen und wir können das ding bauen oder beziehungsweise erstmal lernen super ok so jetzt haben wir eigentlich folgendes ich würde gerne nochmal darüber komme ich jetzt nicht ich wäre mal kurz das fass vielleicht nehme ich das fass noch mit das schaffen wir vielleicht noch oder ähm ne das schaffen wir nicht also schaffen wir das ne das schaffen wir nicht ach Bob du gehst mir auf den Sack halt doch da wurde mal das fass hier da haben wir ne fuck komm jetzt fett ok es ist doch ein bisschen mühsam alles hier ja das ist doch ein bisschen mühsam ja hallo so ok so wie sieht es denn jetzt aus ich wollte hier nochmal was bauen bevor wir uns dann wieder hinlegen das heißt wir brauchen Seil Seil dann kriegen wir das hier schon hin auch mal wie das Seil hier hinten hin so und dann kriegen wir vielleicht noch so ein Ding dran so und jetzt haben wir schon ein bisschen was ich haue mich jetzt trotzdem hin damit ihr was seht wie ich auch was sehe wie sieht es bei mir aus hoher Durst laufen müsste reichen ne naja ist doch ganz schön reingebrochen ok so oder mal trinken ne das ist doch ein Halt altes Zeug so trinken nehmen so hier kommen die Fässer wieder ok was wollte ich eigentlich bauen ach will ich eigentlich bauen ja alter jetzt bleibt da oben ich wollte eigentlich bauen ähm das Flussgröße und hier die andere Sachen so warte mal ich muss das mal kurz das hier noch rein machen platzieren super so sind wir eigentlich so ein bisschen hier im Strom oder könnte eigentlich passen so ich meine vielleicht noch ein Mühe rüber ja noch ein Mühe rüber so da sind wir so ein Keil ok ok könnte klappen so so was brauchen wir hier dafür wir brauchen wieder Seil kann man diese Seile irgendwie kaufen wäre doch cool irgendwo so keine Ahnung wo aber irgendwo so 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 3 3 3 3 3 3 3 ok was was brauchen wir denn hier wir brauchen weiter Ziegen wir müssen sozusagen anlanden wir brauchen Schrott ähm saugen wir für ähm die Vogeldingsbundensache na gut weil folgendes ich würde ja dann nämlich lieber hier weiterbauen meinem Floß und das etwas größer machen ich könnte hier noch eine Reihe dran zimmern ach das war es schon Plaste hier machen wir ein paar Planken hin dass wir dann was zu essen haben wie das das dann wüsste Plaste hatte ich doch noch super und so genau das war es schon wieder an Planken oh an Planken alles klar dann sammeln wir mal wieder ein wenigstens fällt man jetzt nicht mehr durch in dem ersten Spiel als das noch äh ja Test war das damals nicht oh Gott warte mal Mango ist cool da fiel man immer auch durch die durch die äh Netze durch wenn man drüber gelaufen ist das ist jetzt wenigstens ein bisschen anders das ist besser muss man echt was packen so nee das ist ja bloß ein Fels das ist ja nix das ist ja gar nix so treffen wir hier vielleicht noch ein bisschen rüber so zu den beiden Fässern ja 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 da ist schon wieder und da ist immer noch nicht tot und wir brauchen wieder Lanken. Gut. Letz. Seil. Dings. Herstellen. Dings. 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 Okay. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. So. Okay. Jetzt gehen wir nochmal durch. Ich kriege mir dort noch eins hin. Essen, trinken. Ich muss wieder was essen. Legen wir wieder drauf. Super. Das waren zwei Felsen. Das ist auch nicht so schlimm. Die Richtung stimmt eigentlich. Ja. Die Beete. Warte mal. Ich werde doch wieder was anpflanzen. Erst mal hier. Damit das bisschen vorwärts geht. Damit wir hier unser Essen dann doch ein bisschen als Stabilitätsfaktor haben hier. Ich habe auch noch Fisch. Ähm. So. Die Kokosnuss. Und dann gehen die Samen. Ne. Die Radieschen. Hatte ich die Radieschen? Ja. Die Radieschen hatte ich da hier. Dann nehmen wir die mal hier hin. So. Und dann. Pflanzen wir die noch an. Dann kriegen wir vielleicht mal wieder eine Möwe. Ähm. Warte. Super. Wir haben noch 20. Okay. Voll. Oder mal. So. So. Genau. So. Bitny ist voll. Und so. Und so. Gut. Da kommen Fässer. Die kommen hier rein. Hoffe ich. Hier müssen wir die Planken platzieren. Planken platzieren. Ähm. Essen brauchen wir jetzt noch nicht. Wir können da beide den Fisch auflegen. Äh. Das Fass kommt an. Das Fass kommt an. Und dort sind noch zwei Fässer. Das heißt wir paddeln wieder. Hm. So ist es. So. So. So würde ich es lassen. Gut. Ich will das Loch zu kriegen hier. Und hier. Ich brauche also. Ähm. Seil. Ein Seil haben wir ja gelernt. Ist so gut wie gar nicht da. Hab ich irgendwie hier noch was drin? Also in meinen Kisten irgendwie an. An hier Zeug. Klimbim. Kram. Nee. Hier nicht. Hier auch nicht. Ich herr. 17 stückig Depp. Meine Fresse. Meine Güte. Äh. Das macht auch nicht viel. Das macht glaube ich eins gerade so. Komme ich da rüber. Aber besser als nix. Oh Gott. Das ist mal Mist. Oh Gott. Das war überhaupt nix. Das war überhaupt nix. War das. Etter. Oder? Ach. Wenig. Ach. Okay. Das war voll Lust auf der ganzen Linie. Aber das muss auf sein. So. Dings. 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 Ähm. Ja. Kann ich sagen. Gut. Gut. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich würde jetzt. Ähm. Wir müssen nochmal schnell schauen. Was ich hier erforschen kann. Und. Was ich noch nicht erforschen kann. Also. Guck mal. Was ist denn dafür? Was sind das? Kletterpflanzen. Klipper. Hm. Wer kriege ich denn das? Hier brauche ich. Metallbarn. Schauen wir. Also ich muss unbedingt so eine Schmelze als nächstes bauen. Wo ist denn jetzt hier? Die. Ähm. Na. Die Vogelscheuche. Kann ich die schon machen? Habe ich das bloß übersehen? Ähm. Vogelscheuche. Habe ich bloß übersehen, ne? Warte mal. Hier unten vielleicht irgendwo. Dekoration. Ist ja keine Dekoration. Hier. Wurfankersägelwimpel. Hier ist sie nicht. Hier ist gar nix. Hickhäuter. Nö. Doch. Oh Gott. Planke Palmblätter. Okay. Planke Palmblätter. Planke Palmblätter. Da ist er wieder. Warum immer da ein Tierecke, hä? Oh Gott. Okay. 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 Kann ich nicht mehr. Filzspeer. Der ist ja nicht so dolle, hä? Ah. Okay. So. So. Und da hört es schnell wieder auf. Planken werden alle. Das ist nicht so dolle. Die Planken alle werden. Ich wäre mal. Schaffen wir dort die Insel? Oder wir? Nee. Ach ja. Wir machen einfach weiter hier. Oder? So. Wir machen erst mal so weiter. Essen, trinken. Also was? Was brauche ich für die Vogelscheuche? Kann sie herstellen. Und dann stellen wir uns die mal auf. So. Wie sieht denn die aus? Die könnten wir ja eigentlich hier so dazwischen, hä? Oder? Machen wir die hier dazwischen? Können wir eigentlich dazwischen? Ach so. Ich muss ja folgendes machen. Ja. Ich bin ja. Okay. Warte mal. Ich mache mal folgendes. Erstmal trinken. Füllen. Dings. Dings. Und. Dings. Und. Dings. Und. Dings. Und da drüben. Das weiß ich nicht, ob die Insel. Aber. Ich. Ich mache jetzt hier einfach in den Strom. Ich brauche Rohstoffe ohne Ende. Erstmal. Genau. So. Das läuft. Und dann fülle ich das hier noch auf. Die Vogelscheuche. Und fängt die das irgendwie dann? Also bin ich entspannt mal. Muss ich mal sehen. Bin ich echt gespannt. Gott. Hier die Seite ist jetzt wieder ein bisschen blöd. Vielleicht muss ich irgendwie nochmal anlanden irgendwie. Und. Na, dass ich mich dann wieder drehe. Oh ja. Warte, warte, warte. Und? Und? Was passiert? Macht die was? Macht die vorgescheitste was? Die macht die kaputt. Das ist doch sinnlos. Das ist doch sinnlos. Was soll das? Was soll das? Warte mal. Entfernt. Okay. Jetzt habe ich die. Warte mal. Ich probiere das nochmal. Also Vogelscheuche. Herstellen. Oder kann ich die dann? Muss ich da irgendwas auslösen? Nee, hä? Das ist doch Quatsch. So, die Vogelscheuche. Oder ich kann die dann halt, wenn die hier beschäftigt ist, kann ich die abstechen. Vielleicht so, hä? So, ist das, kann ich das trinken oder nie? Ich, ich, ich vergesse das immer. Ich schütte das mal weg. Ich hatte das ja, glaube ich, gefüllt. Süßwasser. Genau. Pflanzen. So, hier und Dings und. Da war gar nichts drauf, hä? Muss ich das mal füllen. Gut. Nee, ich hab. Hallo? Doch. Ach, ich bin da ein Depp. Ich komme da echt manchmal drueinander. Ha. So, da machen wir erstmal jetzt, äh, da sag ich erst mal gute Nacht. Da sag ich erst mal gute Nacht. Und, ähm, ja, ich wäre vielleicht mal folgendes machen. Ich wäre vielleicht erstmal ein bisschen hier noch weiterfahren. Einfach so. Wäre noch ein bisschen fahren. Und dann wäre ich erstmal, das so ein bisschen hier bauen. So ein bisschen, ein bisschen größer machen. Und dann hier die Netze überall und alles zumachen und so weiter und so fort. In der Hoffnung, weil das zieht sich doch noch ein bisschen hin. Denke ich. Und das ist vielleicht nicht so prickelnd für euch, oder? Wenn ihr, so, jetzt gucke. Jetzt. Okay. Okay. Assimöwe. Bleibt nach wie vor eine Assimöwe. Und das verstehe ich nicht. Was die macht. Hm. Keine Ahnung. Eigentlich macht die ja irgendwie, irgendwie macht die nix. Gut. Lieb Leute. Erstmal in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.